Kuckuck, hallo mein Schatz, liegst du direkt an der Züge? Hallo mein Schatz, schau was ich dir mitgebracht habe. Guck mal, kannst du das Essen extra ganz klein machen? Schau mal, magst du das? Guck mal, du magst keine Leckerlis, kennst du das nicht, schau mal. Keine Leckerlis, lieber gleich Abendessen. Lieber gleich Abendessen, will ich noch mal probieren? Guck mal, ach doch, das geht, gell? Kannst du die Kaugel extra weiche für dich? Ist das fein? So, noch mal ein Stückchen und dann gibt's Abendessen. Guck mal, schau mal. Gut, ein Rest gibt's morgen, gibt's Abendessen. Ja, guckst du noch mal an die Kamera? Schau mal, oh. Guck mal, schau mal. Ja, guckst du noch. Schau mal, schau mal.